Der Prophet Mohammed sagte zu den Sahaba, soll ich euch mitteilen, die beste Tat, die ihr machen könnt, und die reinste bei eurem König, der König der Königin, bei Allah subhanahu wa ta'ala, und die reinste, die gewaltigste bei eurem König, und die höchste in den Stufen, die ihr erreichen könnt. Und besser für euch, subhanahu wa ta'ala, schau, und besser für euch, dass ihr spendet mit Gold und Silber, eine kleine Münze, so kostet ein paar tausend, je nachdem wie viel Gramm es hat, subhanahu wa ta'ala, direkt 3000 Euro, 5000 Euro, eine kleine Münze, und diese Tat, von der ich euch berichten will, ist besser für euch, als das Ausgeben von Gold und Silber. Und dann sagte er noch etwas drauf, und besser für euch, als dass ihr euren Feind trifft, und sie euren Nacken schlagen, und ihr deren Nacken schlägt, dann sagen die Sahaba, doch bitte sag es uns. Welche Tat ist besser als diese ganzen Sachen? Als Spenden und Kämpfen und Stufen erhöhen? Und er sagte Zikrullah, das Gedenken Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber natürlich kurz zu erwähnen, damit man es nicht falsch versteht, so wie es die Gelehrten sagen und erklären, diesen Hadith darf man auch nicht falsch verstehen, es gibt natürlich Zeiten, in denen das Spenden besser sein kann als Zikrullah. Es gibt Zeiten, wo der Jihad, wo der Kampf mit dem Körper, größer ist bei Allah, subhanahu wa ta'ala, ja, wenn zum Beispiel die Lage, ja, zum Beispiel du bist gerade in einem Land, wo es gerade Krieg gibt, und du musst dich, deine Familie, ja, verteidigen. Also ein Pflichtkampf, ja, dann ist das natürlich höher, weil die Pflicht ist immer höher als das, was freiwillig ist.